So, meine Damen und Herren, vor ca. zwei Monaten war ich ja schon mal hier auf dem Weg, so etwa und ja, heute ist das schon wieder soweit. Wir haben kurz vor Weihnachten, ja, und wo geht es denn auf jeden Fall mit mir heutzutage hin, erstmal schauen, dass man hier niemand umrempelt. Und jetzt geht es heute zu der aller allererste Fahrstunde und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, da bin ich nicht auch erstmal, da bin ich erstmal auch wieder, ähm, ja, eine Stimme Fahrt habe ich hier hinter mir. Ich bin sehr aufgeregt, ich habe euch leider kaum was zeigen können, ähm, oder ich habe leider auch keine Kamera vorne reingebaut, ähm, hätte ich dir einfach zeitlich nicht die Zeit bekommen. Für mich heißt das hier erstmal nach Hause, ja, ein schönes Wetter, ähm, ja, wir haben heute relativ links, rechts geübt, um einfach, dass ich immer ein bisschen lerne, wie ich das im Straßenverkehr, ein bisschen auf Straßenschilder zu achten, ähm, Ja, das hat sich relativ gut hinbekommen, ein bisschen, manchmal zu spät, oder falsch, falsch in irgendeine Seiten, äh, Spiele reingeschaut, anstatt in die, in den, äh, Ich weiß, heute ist das hier kein kleines Video gewesen, ähm, ich war ja die erste Fahrstunde, ich muss dann mal, ähm, absprechen, äh, ob man dann, äh, Ashencam oder sonst wie, ähm, reinbringen kann, ähm, Ja, vielleicht kommt gleich noch ein Peppels Auto, dann kann man da vielleicht noch filmen, äh, schönen guten Tag, wir hören uns, bis bald, bye, bye, ciao.